Musik 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 Das Ursprungsland der liebevoll auch Ossis genannten Australian Shepherds ist nicht Australien, sondern die USA. Heute ist diese Hunderasse ein beliebter Familienhund. Geschichte und Herkunft des Australian Shepard Um 1800 brachten Einwanderer verschiedene europäische und australische Hütehunde in die heutigen USA mit. Diese Hunde vermischten sich mit den Hunden ebenfalls zugewanderter baskischer Schafhirten. Zu dieser Zeit fand auch der Export von Merino-Schafen von Europa über Australien nach Amerika statt. Dort nannte man diese Schafe Australian Sheep und in Anklang an sie ihre Hütehunde Australian Shepherds. Wegen seiner Intelligenz und seines Wesens erfreute sich der Australian Shepard nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA besonderer Beliebtheit. Erst in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kamen die Ossis auch nach Europa. 2007 wurde der Australian Shepard offiziell von der FCI anerkannt. Erscheinungsbild des Australian Shepard Laut Rassestandard sollte die Widerrisshöhe der Rüden bei 51 bis 58 cm liegen und die Hündin eine Größe von 46 bis 54 cm erreichen. Das Gewicht der Hunde ist von der FCI nicht festgelegt und beträgt je nach Geschlecht zwischen 16 und 32 kg. Der Australian Shepard wird etwa 12 bis 15 Jahre alt. Fast jeder einzelne Hund dieser Rasse weist ein individuelles Erscheinungsbild in Farbe und Zeichnung auf. Die Hundezüchter sprechen von 16 möglichen Farbvarianten. So gibt es die vier Grundfarben Schwarz, Rot, Blue Merle und Red Merle. Diese Farben können für sich alleine existieren oder aber mit weißen und kupferfarbenen Abzeichen kombiniert sein. Gemäß Rassestandard darf weiß am Kopf nicht vorherrschen und die Augen müssen komplett von Pigment und Farbe umgeben sein. Die Hunde haben ein halblanges, wetterbeständiges Fell mit einer dichten Unterwolle. Das Deckhaar ist entweder glatt oder leicht gewählt. Charakteristisch für den Aussie sind die mandelförmigen, meist braunen, bernsteinfarbenen oder auch blauen Augen. Er besitzt dreieckige, an den Spitzen abgerundete Kippohren. Australian Shepards sind muskulös und bewegen sich sehr geschmeidig. Wesen und Charakter des Australian Shepard Der sehr intelligente und lebhafte Hund verfügt über einen sehr gut entwickelten Hütetrieb. Weitere charakteristische Eigenschaften dieser Rasse sind ein ausgeprägter Bewachungsinstinkt und enorme Ausdauer und Treue. Seine große Anhänglichkeit macht den Hund zu einem beliebten Weggefährten und erleichtert seine Erziehung. Der Bewegungsdrang und seine Ausdauer verlangen nach Arbeit bzw. sportlicher Betätigung. Er ist ausgesprochen lernwillig und liebt es, wenn man ihm das eine oder andere Kunststück beibringt. Wird er aber nicht genügend beschäftigt, kann sich durchaus auch ein destruktives Naturelle entwickeln. Australian Shepards sind ausgeglichen, friedlich und gutmütig, obwohl sie Fremden gegenüber zunächst einmal reserviert reagieren. Gerne setzt man den Aussie auch zur vierten Arbeit und zum Aufspüren von Drogen im Rettungswesen oder bei Feuerwehr und Polizei ein. Auslauf und Pflege des Australian Shepard Es ist wichtig, den Hund ausreichend sowohl physisch wie auch kognitiv auszulasten. Neben ausgiebigen Spaziergängen, Wanderungen oder auch Radtouren, liebt der Aussie auch Hundesport wie Obedience, Flyball, Disc-Dogging, Dog-Dancing und Agility. Manchmal taucht eine Überempfindlichkeit gegenüber Arzneimitteln auf, die durch den MDR1-Defekt bedingt ist. Auch Krankheiten wie Epilepsie, Grauer-Starr, Hüftgelenks- und Ellbogendysplasie haben durch manche Überzüchtung zugenommen. Mörl-zu-Mörl-Verpaarungen sollten vermieden werden, um einer genetisch bedingten Blind- bzw. Taubheit vorzubeugen. Ansonsten ist der Aussie ein eher anspruchsloser Hund. Regelmäßiges Bürsten des Fells genügt.